Wenn man sorgfältig genug zuhört, dann flüstert die Vergangenheit zu uns. Wir wünschen, Albus Dumbledore zu sehen. Das wäre dann mein Bruder. Die Welt, wie wir sie kennen, löst sich auf. Grindelwald reißt sie durch Hass auseinander. Wenn wir ihn besiegen wollen, dann müssen sie mir vertrauen. Diese Truppe wird den gefährlichsten Zauberer seit Langem zur Strecke bringen. Ein Magizoologe, seine unverzichtbare Assistentin. Ein Zauberer aus einer sehr alten Familie, ein Professor. Und ein Mogel. Dumbledore hat mich gebeten, dir etwas zu geben, Jacob. Warte, du machst Witze, oder? Wem würde die Aussicht nicht gefallen? Dann wollen wir mal die Welt retten, was? Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Seitwärts stark sind aber ganz behutsam. Ich stark sei genauso seitwärts wie du. Unser Krieg gegen die Muggel. Beginnt heute! Was ist das, Wernert? Der Raum, den wir uns wünschen. Korrekt. Drei Punkte für Hufflepuff. Darf ich? Nein. Ist sehr gefährlich. Und sehr mächtig. Wenn er in die falschen Hände gerät. Kann's übel ausgehen. Und wo haben Sie den her? Habe ich zu Weihnachten bekommen. Abonniert. Untertitelung des ZDF, 2020